Die Covid-19-Pandemie stellt uns vor eine Vielzahl von Herausforderungen. Das trifft vor allem auch auf digitale Lehrmaterialien zu und in diesem Jahr ist im Schulbuch des Jahres vor allem der Fokus auf die Grundschülerinnen und Grundschüler gerichtet worden. Wir haben eine Auswahl von innovativen Lehrmaterialien für Grundschulen getroffen und eine Vielzahl von Preisträgerinnen und Preisträgern ausgezeichnet. Ich darf allen, die ein Preisträger sind, herzlich gratulieren, Ihnen alles Gute und eine innovative pädagogische Zukunft wünschen. Ich bedanke mich auch bei den Organisatoren des Schulbuch des Jahres und hoffe für uns alle auf eine gedeihliche Zukunft. Vielen Dank.